Ja, liebe Leute, ich begrüße euch herzlich zu unseren Syntax-Wochen, die sich kaprizieren auf drei Videos zum Thema Syntax. Das hier ist das erste, in dem wir uns den einfachen Satz oder den Einfachsatz anschauen und die Frage klären, wie man Satzglieder bestimmen kann. Bevor wir das an einem konkreten Beispiel tun, ein paar theoretische Vorbemerkungen zur sogenannten Valenzgrammatik. Das ist die Theorie, die der ganzen Satzgliederanalyse, die wir hier im Weiteren vornehmen, zugrunde liegt. Die Valenzgrammatik geht davon aus, wir haben ein Verb und dieses Verb ist sozusagen die Königin des Satzes. Es steht im Zentrum und von dem Verb im Satz ist alles weitere abhängig. Man sagt also, das Verb erfordert sogenannte Argumente oder auch Konstituenten und zwar durch seine Semantik. Man könnte also sagen, es gibt bestimmte Handlungen, die drei solcher Argumente verlangen und dann ist dieses Verb ein sogenanntes dreiwertiges Verb. Schauen wir uns das mal am Beispiel schenken an. Wir nehmen dazu mal einen recht unverdächtigen Satz, wie den hier. Der Weihnachtsmann schenkt dem Mädchen das Päckchen. Urabgesagt, falls Kolleginnen und Kollegen zuschauen, die Sätze und Beispiele, die ich in diesen Videos gebrauchen werde, sind ausnahmsweise durch Introspektion erlangt. Ansonsten bin aber auch ich, um hier nicht in Verdacht zu geraten, auch Vertreter eines gebrauchsbasierten Ansatzes. In diesem Satz haben wir das Verb schenkt und dann haben wir zu diesem Verb offensichtlich drei Ergänzungen, eben drei Argumente. Der Weihnachtsmann, dem Mädchen und das Päckchen. Nun stellt sich die Frage, wie kann man solche Satzglieder erkennen? Da gibt es zwei Verfahren, mit denen man das austesten kann. Das eine ist die Ersatzprobe. Man kann das Satzglied insgesamt nur als Ganzes ersetzen. Ich könnte zum Beispiel den Weihnachtsmann durch er ersetzen. Er schenkt dem Mädchen das Päckchen. Aber ich kann nicht einzelne Satzgliedteile nur ersetzen. Also zum Beispiel er Weihnachtsmann oder der er würde nicht funktionieren. Der Weihnachtsmann, den kann ich aber insgesamt ersetzen. Deshalb ist es ein Satzglied. Das zweite Verfahren ist die sogenannte Verschiebeprobe. Ich kann Satzglieder nicht nur insgesamt ersetzen, sondern ich kann sie auch nur insgesamt verschieben im Satz. Wenn wir an dem Beispiel also mal das Päckchen nehmen, dann können wir das Päckchen zum Beispiel an die erste Stelle stellen und können sagen, das Päckchen schenkt der Weihnachtsmann dem Mädchen. Das funktioniert problemlos. Was wir nicht machen können, ist nur Päckchen irgendwo anders hin zu verschieben und dann zum Beispiel sagen, Päckchen schenkt dem Mädchen der Weihnachtsmann das. Wir können also Satzglieder nur insgesamt ersetzen und insgesamt verschieben. Damit haben wir sozusagen das gemacht, was wir auch in den vorausgegangenen Themen schon als Analysieren kennengelernt haben. Das heißt, wir nehmen diese Einheiten auseinander und was wir jetzt machen müssen, ist sie zu kategorisieren, also sie näher zu bestimmen. Bleiben wir mal bei unserem Verb schenken. Rein vom Sinn her gedacht, brauchen wir da also jemanden, der etwas schenkt, also wer schenkt. Dann brauchen wir jemand, dem etwas geschenkt wird, wem wird etwas geschenkt und dann brauchen wir irgendwas, was geschenkt wird. Schenken ist also ein dreiwertiges Verb. Würde die Valenzgrammatik sagen, wir haben drei Argumente oder drei Konstituenten, die wir hier irgendwie ausfüllen müssen. Wenn wir uns das in unserem Beispiel anschauen, dann ist der Weihnachtsmann die Antwort auf die Frage wer, die Mädchen ist die Antwort auf die Frage wem und das Päckchen ist die Antwort auf die Frage was. Und nun in grammatischen Begriffen gefasst, also entsprechend kategorisiert oder einem Paradigma zugeordnet wieder, die Frage wer rekurriert auf das sogenannte Subjekt. Das Subjekt ist also der Weihnachtsmann, aber das Subjekt ist eigentlich immer das, abstrakter gesagt, was ich mit wer oder was erfragen muss. Also das, was im Nominativ steht. Man könnte sagen, zumindest gilt das für den Aktivsatz der Handlungsträger. Es gibt auch andere Möglichkeiten für das Subjekt. Zum Beispiel, ganz wichtig, muss das Subjekt nicht vorn im Satz stehen. Wir haben hier den Satz, um die Schwierigkeiten beim Finden eines Geschenks wusste er. Und da haben wir er hinten. Aber er können wir erfragen mit wer oder was. Und wir können auch er wieder ersetzen, zum Beispiel durch der Weihnachtsmann. Dann haben wir im zweiten Satz, dieses zu besorgen kostete den Weihnachtsmann viel Zeit. Dieses zu besorgen können wir auch mit wer oder was erfragen. Also wer oder was kostete den Weihnachtsmann viel Zeit, dieses zu besorgen. Hier haben wir das Satzglied Subjekt in einem Nebensatz ausgelagert. Das wird uns noch ganz häufig begegnen. Auch Nebensätze ersten Grades haben nämlich Satzglied Wert. Das heißt, wir könnten auch diesen Nebensatz ersetzen durch ein Satzglied auf gleichrangiger Ebene. Wir könnten zum Beispiel sagen, die Besorgung dessen oder die Besorgung dieses Geschenks kostete den Weihnachtsmann viel Geld. Sehr häufig wird aber aus stilistischen Gründen, vor allem um die Komplexität ein Stück weit zu reduzieren, im Verständnis zumindest, ein Satz geht in einen Nebensatz ausgelagert. Und dieser Nebensatz hat hier also den Wert des Subjekts. Dann haben wir auch noch so was, Das Mädchen freute es sehr, dass er trotzdem pünktlich kam. Dieses S korreliert mit diesem Nebensatz. Das heißt, wir haben hier ein sogenanntes Korrelat. Und das S gemeinsam mit dem, mit das eingeleiteten Satz ergibt hier das Subjekt. Das heißt, wir müssten dieses insgesamt bei der Satzglied Bestimmung als Subjekt angeben. Auch das können wir wieder erfragen mit wer oder was. Das Subjekt, also den Handlungsträger, haben wir jetzt bestimmt. Jetzt stellt sich als nächstes die Frage, wem? Klar, dem Mädchen. Dem Mädchen ist also ein Objekt der Handlung und es steht im Dativ. Das heißt, wir können es erfragen mit wem. Das haben wir gerade schon getan. Und bei diesen Objekten müssen wir immer den Kasus angeben. Bei der Frage nach dem Päckchen, also was schenkt der Weihnachtsmann, die müsste man abstrahieren zu wen oder was. Und da wissen wir auch schon, wir sind beim Akkusativ, also wir haben ein Akkusativobjekt. Wenn man das etwas holzschnittartig sagen will, ist das Akkusativobjekt meistens derjenige oder dasjenige im Satz, dass einen Vorteil, dass mit dem etwas geschieht. Also das Päckchen, das wird da verschenkt und das Dativobjekt ist dasjenige, mit dem etwas geschieht. Also dem etwas geschieht, besser gesagt. Also dasjenige, das einen Vorteil erlangt, also das Mädchen erlangt sozusagen etwas, ja, holzschnittartig gesagt, den Vorteil von diesem Schenken. Es gibt natürlich noch andere Objekte. Zum einen das Genitivobjekt, das können wir erfragen mit wessen. Und hier haben wir zum Beispiel den Satz, das Mädchen erinnert sich noch oft des letzten Weihnachtsfestes. Und den Satz, der Richter bezichtigte den Weihnachtsmann des Paketdiebstahls. Also so ein Genitiv aus der Gerichtssprache. Da sprechen wir auch vom Genitivus criminis. Wir sehen aber insgesamt, dieses Genitivobjekt kommt sehr häufig in sehr festen stehenden Wendungen, fast Phrasiologismen vor. Das heißt, das ist, gegenwärtssprachlich eher selten. Ein weiteres Objekt, das schon sehr viel häufiger auftritt, ist das sogenannte Präpositionalobjekt. Das Präpositionalobjekt wird sozusagen mit einer Präposition eingeleitet, beziehungsweise es umfasst eine Präposition. Und wenn wir das Präpositionalobjekt erfragen wollen, ist diese Präposition auch Bestandteil des Frageworts. Also, der Weihnachtsmann dachte an ihren Wunsch. Das Satzglied an ihren Wunsch gehört zur Valenz des Verbes, weil man an, also die Handlung Denken umfasst, dass man etwas benötigt, woran man denkt. Und man kann das erfragen mit, woran dachte der Weihnachtsmann. Genauso im nächsten Satz, er suchte nach dem Buch, das sie haben wollte. Hier haben wir also einen Relativsatz innerhalb des Satzgliedes und der gehört natürlich zu dem Satzglied selbst dazu. Nach dem Buch, also wonach, suchte er, das können wir also auch wieder entsprechend mit der Präposition erfragen. Das Buch handelte von der Satzgliedbestimmung. Auch da ist die Frage, wovon Bestandteil der Valenz des Verbes. Und zu guter Letzt darauf, dass das Mädchen sich darüber freuen würde. Auch da ist dieses Darauf, ja, worauf lässt sich das Mädchen erfragen, äh, worauf freut sich das Mädchen? Dieses Darauf ist auch Bestandteil der Verbvalenz. Und entsprechend müssen wir es also als Präpositionalobjekt bestimmen, weil, und das wird dann nochmal wichtig, wenn wir uns gleich Adverbien, Adverbialbestimmungen anschauen, das Präpositionalobjekt ist eine obligatorische Ergänzung des Verbes. Das heißt, das Verb hoffen bringt es mit sich, dass wir etwas benötigen, worauf gehofft wird, und es ist nicht weglastbar. Damit haben wir jetzt also uns die Satzglieder angeschaut, die sozusagen obligatorisch sind, die vom Verb verlangt werden. Wenn wir jetzt diesen Satz aber nochmal ein bisschen erweitern, also zum Beispiel, der Weihnachtsmann schenkt dem Mädchen das Päckchen sofort, weil es so ungeduldig ist, dann haben wir plötzlich noch mehr. Dann haben wir nämlich zum einen mal dieses sofort, und das bestimmen wir als eine Adverbiale. Zunächst mal also als etwas, das die Handlung des Satzes noch näher beschreibt. Und dann haben wir noch diesen Nebensatz, weil es so ungeduldig ist, und das ist auch eine Adverbiale. Adverbiale beschreiben die Handlung des Satzes näher. Adverbiale sind nicht zu verwechseln mit Adverbien als Wortart. Zu diesem Thema werde ich gleich nochmal ein separates Video machen, also zur Frage der Unterscheidung zwischen Adverbien und Adverbialbestimmungen. Und das werde ich jetzt auch hier gleich irgendwo in diesem Rahmen, den die YouTube Ästhetik dazu lässt, verlinken. Wie können diese Adverbialen aussehen, beziehungsweise wie kann das Verhältnis, das sie ausdrücken, konkret beschaffen sein? Es kann eine lokale Semantik sein, also die Frage woher, wohin oder wo ist etwas. Es kann temporal sein, also zeitlich, wann ist etwas oder wie lange dauerte es. Es kann um bestimmte Modalitäten gehen, das ist das, was wir im Englischunterricht wahrscheinlich kennengelernt haben als Adverbs of Manner, also im Deutschen klingt das ein Stück weit technischer, auf welche Art und Weise oder halt die Frage nach einem Instrument, also womit zum Beispiel. Kausal, also nach irgendwelchen Gründen fragend, konditional, welche Bedingungen, konsekutiv, welche Konsequenzen, also welche Folgen gibt es, final, ja das kann man sich auch merken, final ist das, wo alle hin, das Finale ist das, wo alle hinwollen, also final, da gibt es einen Zweck oder eine bestimmte Absicht und konzessiv, eine Konzession, wer Fußball schaut, kennt diesen ausgesprochen dämlichen Spruch von der Konzessionsentscheidung, also es gibt einen Gegengrund, trotz dessen die Handlung eintritt. Okay, damit können wir also für unsere Beispiele sagen, bei sofort hat eindeutig eine zeitliche Bedeutung, haben wir eine Temporaladverbiale und für weil es so ungeduldig ist, ja weil, da haben wir eine Begründung, also eine Kausaladverbiale. Wichtig ist, nochmal, und deshalb habe ich diese unterschiedliche Kennzeichnung hier vorgenommen, wir sehen also die drei Punkte, an denen sich Subjekt, Dativobjekt und Akkusativobjekt anschließen, das sind Subjekte und Objekte, die immer verpflichtend sind, die also immer in einem Satz kommen müssen, der das entsprechende Verb beinhaltet, die Adverbialen hingegen sind weglasbare, freie Ergänzungen, die also die Handlung näher bestimmen, aber nicht vom Valenzrahmen des Verbes vorgegeben werden, deshalb hier die Darstellung mit der gestrichelten Linie. Ein weiteres Satzglied, das wir uns mal noch anschauen müssen, weil es doch im Sprachgebrauch sehr häufig ist, ist das sogenannte Prädikativum. Das Prädikativum bezieht sich auf ein anderes Satzglied und bildet gemeinsam mit dem Verb den Prädikatsrahmen des Satzes. Hier haben wir also sowas wie Reiner ist in diesem Jahr der Weihnachtsmann. Da haben wir ein Gleichsetzungs Nominativ, bei dem das Subjekt gleichgesetzt wird mit dem Kupola-Verb Sein mit eben einem anderen Nominativ. Die Vorfreude des Mädchens bleibt ungebrochen. Bleiben ist ebenfalls ein Kupola-Verb durch das sozusagen das Verhältnis zwischen der Vorfreude des Mädchens und eben diesem Umstand näher beschrieben wird. Das Verb bleibt hätte allein keine hinreichende Semantik. Der prädikative Anteil des Satzes ergibt sich also aus dieser Kombination bleibt ungebrochen. Der Weihnachtsmann hat das Geschenk schön verpackt. Hier haben wir den Sachverhalt gesagt, dass sich dieses verpackt sowohl auf das Geschenk als auch auf die Handlung bezieht. Also die Handlung des Satzes, das Prädikat wäre schön verpacken und deshalb haben wir es ja auch mit einer Prädikative zu tun, genauer gesagt mit einer Objektsprädikative, weil es sich eben auf dieses Akkusativobjekt Geschenk bezieht. Was es auch gibt, sind solche Ergänzungen mit dem ich nenne es mal Signalwort als, sie bekommt das Satzglied Bestimmungsbuch als Geschenk. Dort ist dieses Bekommen als Geschenk auch wiederum Bestandteil oder ist insgesamt das Prädikat. Für die detailliertere Ausführung sozusagen für die Unterscheidung zwischen Adverbiale, die man hier ja auch sehr oft annehmen kann, und Prädikativum empfehle ich noch mal einen Blick in das zur Verfügung gestellte Begleitmaterial. Okay, soweit haben wir also das mal an diesem Beispiel exerziert und nun können wir eine Analyse machen, also eine Aufgabe, wie sie möglicherweise in der Klausur relevant wird. Wir haben ja also diesen Beispielsatz um zu verhindern, dass es unterwegs schlapp macht, hat der liebe gute Weihnachtsmann, das Rentier, das da sehr anspruchsvoll ist, dieses Mal nicht lediglich mit der Tütensuppe aus der Dosa, von der es immer Bauchschmerzen, die sich negativ auf seinen Bewegungsdrang auswirken, bekommt, ernährt. Wie fangen wir jetzt an, wenn wir beispielsweise in einer Klausur einen solchen Satz vorgesetzt bekommen? Wir fragen uns erst mal, was ist das Prädikat des Hauptsatzes? Also, was ist genau dieses Verb, von dem alles andere abhängt? Hier im Perfekt hat ernährt. Das können wir für uns erst mal anmarkern. Und dann müssen wir uns noch fragen, gibt es denn in diesem Satz weitere Bestandteile, die selbst keine Satzglieder sind? Und wir haben ja über die sogenannten Partikel gesprochen, zum Beispiel den Infinitivpartikel zu, oder auch die Negationspartikel, nicht, die zu keinem Satzglied gehört, sondern die sozusagen die gesamte Satzsemantik verneint. Und die müssten wir für uns dann auch noch markieren und festhalten, dass das erst mal bei der Satzgliedanalyse außen vor bleibt. Ja, nun schauen wir weiter. Wir müssen also angeben, welche Satzglied haben wir und von wo bis wo reicht das. Und nachdem wir also uns angeschaut haben, das Verb, ist es immer sinnvoll, sich an zweiter Stelle anzuschauen, was ist denn das Subjekt. Ja, jeder Satz hat ein Subjekt, zumindest im Normalfall, es gibt einige Ausnahmen, aber wenn wir einen Satz zu analysieren haben, der also so komplex ist wie dieser, können wir davon ausgehen, dass wir ein Subjekt haben. Und es ist immer sinnvoll, als erstes zu fragen, was ist denn das Subjekt. Und wenn wir bei ernähren drüber nachdenken, haben wir also als erstes mal jemanden, der ernährt. Und das ist in dem Fall der liebe gute Weihnachtsmann. Das ist also das Subjekt, das wir fragen können mit wer oder was. Dann fragen wir mal weiter. Was braucht denn ernährt noch? Naja, wir brauchen jemanden, der ernährt wird. Also das, was ich vorhin gesagt habe, der sozusagen den Vorteil der Handlung genießt. Wen oder was ernährt denn der liebe gute Weihnachtsmann? Ja, klar, das Rentier. Und Achtung, das Rentier, ist. Dieser Nebensatz, also dieser Attributnebensatz, darüber werden wir bei der komplexen Syntax noch sprechen, gehört natürlich auch zu diesem Satzglied dazu. Alle Nebensätze, die sich auf ein Satzglied beziehen und diesem Satzglied wiederum syntaktisch untergeordnet sind, sind Bestandteile des Satzgliedes. Also hier dieser Attributnebensatz oder dieser Pronominalsatz das Rentier das da sehr anspruchsvoll ist, das gehört zum Satzglied und man könnte es auch als Attribut sozusagen auf derselben Ebene umformulieren. Man könnte zum Beispiel sagen, das sehr anspruchsvolle Rentier. Damit haben wir also das Akkusativ-Objekt, Nämlich wie gesagt dasjenige, was wir mit Wen oder Was erfragen können. So, dann haben wir die Frage Womit? Also wir haben bisher die Fragen geklärt. Wer ernährt? Wen ernährt er? Und dann Womit ernährt er? Also das Rentier. Und da merken wir Aha, womit? Da haben wir eine Präposition und das finden wir hier wieder im Satzglied mit der Tütensuppe aus der Dose und jetzt Achtung, hängt dieser ganze Teil da dran, von der es sich, von der es immer Bauchschmerzen, die sich negativ auf seinen Bewegungsdrang auswirken bekommt. Jetzt haben wir Nebensätze, die sich auf dieses Satzglied beziehen und dann nochmal tiefer geordnete Nebensätze. Das braucht uns in dieser Tiefenstruktur bei der Satzgliedanalyse, wo wir uns eine reine Oberflächenstruktur anschauen, nicht weiter zu interessieren, aber sie sind Bestandteil des Satzgliedes. Das heißt, dieses Satzglied geht von Nummer 25 bis Nummer 43. Nicht erschrecken, Satzglieder können so lang oder noch länger sein, nämlich wenn sie so viele Nebensätze haben. Das heißt, wir haben hier das Präpositionalobjekt. Jetzt haben wir also sozusagen den Valenzrahmen des Verbes abgegangen, aber wir haben noch einige Sachen offen. Also einige Sachen, die offensichtlich freie Ergänzung sind, also Adverbialbestimmung. Und da ist es sinnvoll, mal vorne anzufangen, also mit diesem Satz, um zu verhindern, dass es unterwegs schlapp macht. Den Satz können wir syntaktisch gesehen weglassen. Das heißt, wir haben es mit einer Adverbialbestimmung definitiv zu tun und wir müssen nun noch fragen, was ist es denn für eine? Ja, und dieses um deutet immer darauf hin, dass es um irgendein Ziel geht, das man erreichen will, also haben wir eine Finaladverbiale. Was haben wir noch? Naja, wir haben 21, 22, dieses Mal, dieses Mal, ja, das klingt irgendwie zeitlich, was soll es sonst sein? Also, eine temporale Adverbiale. Und jetzt ist noch offen Nummer 24 lediglich. Naja, da müssen wir ein bisschen nachdenken, aber so kompliziert ist es dann meistens gar nicht. Hier werden dann irgendwie noch die Umstände näher bestimmt, die Hintergründe und da haben wir es also mit einer modalen Adverbiale zu tun. Solche kleinen Wörter, die noch irgendwie die Art und Weise näher bestimmen, die sind dann meistens modal. Und damit haben wir den Satz komplett bestimmt. Und da sind wir fertig. Und ich hoffe jetzt damit so eine Art Algorithmus präsentiert zu haben, wie man sinnvoll, denke ich, Satzglieder bestimmen kann, wie man dabei vorgehen sollte und auf was man achten muss. Wir werden das natürlich in der entsprechenden Sitzung auch noch an anderen Beispielen üben. erst mal hoffe ich, dass dieses Video dazu beigetragen hat, dass ihr nochmal ein Verständnis vor allem für die Frage, welche Satzglieder gibt es überhaupt, wie können wir die erkennen bekommen habt und Fragen können wir wie üblich auf den üblichen Kanälen klären. jetzt verabschiede ich mich erst mal einstweilen für dieses Video und wir sehen uns wenn ihr mögt gleich zum zweiten Syntax Video wieder, wo es nämlich um die Frage von Satzarten und Satzformen geht.